...in meiner Sammlung zur Zeit sich befindet. Leider hatten wir nur eine Möglichkeit, dieses Viertel auszustellen. Warum diese Ausstellung jetzt? Besonders, weil wir jetzt in dem Fußballfieber sind, obwohl Rumänien nicht mehr dabei ist, aber immerhin Fußballfieber gibt es weiterhin, solange diese Europameisterschaft noch existieren wird in den nächsten Tagen. Ich möchte mich auch bei...